Filme oder Serien? Serien. Warum? Weil man das einfach länger schauen kann. Da hat man länger was dran. Filme oder Serien? Ähm, ich mag eigentlich beides ganz gern. Es kommt halt immer drauf an, was für Serien man grad schaut und ob man Lust drauf hat. Also bei mir halt. Letztens hab ich jetzt wirklich Lust auf Serien, sondern eher Filme. Ja, ich persönlich schau lieber Filme an. Schaust du lieber Filme oder Serien? Wenn ich was anschaue, schau ich glaube ich lieber Serien. Obwohl es gibt auch gute Filme, aber ich kenn mich da einfach zu wenig aus. Und deshalb schau ich so gut wie Karns von beiden.